Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und der Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comme un brèche, l'oblier. Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Ja. Sie kommen oft hier? Das ist hier, Franz hat mir gefragt. Ja. 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 Ich will euch sagen. Du bist ja, mein Mann. Was haben wir diese Chance nicht? Mein Vater ist ein französer. Es muss nicht ihn schäuert. Es ist nicht ich, meine Frau, das ist Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzose? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.